Hallo, hallo, ich bin's mal wieder, euer K.A.Drian. Ja, das Ganze hier ist ein kleines Update-Video, wahrscheinlich nur mit schwarzem Hintergrund und einer ganz normalen Texteinblendung und wahrscheinlich auch als One-Taker aufgenommen, da ich gerade wirklich keine Zeit habe. Ich habe es schon mit einigen Leuten privat besprochen, aber ich möchte natürlich euch als meine Abonnenten auch darüber informieren. Und ja, Stand der Dinge ist gerade wie folgt, ich habe seit einigen Wochen Klausurvorbereitung, also ich bereite mich für meine Klausurphase vor und die ist im kompletten September. Und deswegen habe ich gerade absolut keine Zeit, was in irgendeiner Form mit Lego Star Wars beziehungsweise diesen Kanal zu tun hat, leider. Das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, da es gerade wirklich tolle Projekte gibt, die rauskommen beziehungsweise die produziert werden. Ich empfehle euch da wie immer, schaut wirklich auf meiner Kanalseite bei den verlinkten Kanälen vorbei, da sind wirklich ein paar tolle Projekte mit. Und auch an dieser Stelle möchte ich auch gleichzeitig sagen, dass wenn ich für euch irgendwas synchronisieren soll, beziehungsweise ich vielleicht euch auch vergessen habe, irgendwas zu schicken, schreibt mir einfach bitte nochmal eine Nachricht hier oder auf Discord. Stressbedingt kann das einfach passieren, dass ich halt Nachrichten überlese beziehungsweise Sachen einfach vergesse. Und deswegen nehmt mir das nicht übel, es ist wirklich nicht böse gemeint, es ist einfach nur gerade stressbedingt, dass das so passiert. Ich möchte euch jetzt meinen Plan sagen, also ursprünglich war der Plan, dass ich Ende Juli anfange, wieder weiter an meinem Brickclip zu arbeiten, da dort meine Klausurphase war. Die wurde verschoben durch Covid-19 auf September und deswegen hat sich der Plan eigentlich in diesem Sinne nicht großartig verändert. Ich möchte Ende September weiter an meinem Brickclip arbeiten, denn es wird wahrscheinlich, wenn dann nur an der Motivation scheitern, denn alles andere habe ich im Prinzip gegeben. Das Drehbuch ist geschrieben, ich weiß, wie es in ungefähr aussehen soll und Kulissen habe ich auch schon die ersten angefangen zu bauen und deswegen hoffe ich, dass ich Motivation haben werde. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich dann Zeit habe, ein paar andere Videos natürlich wieder zu machen. Ich würde sehr gerne wieder ein großes Update-Video machen, da auch einiges in der Zwischenzeit passiert ist und ich würde auch gerne natürlich ein Video machen zu dem Lego Star-Aus-Set zur 501., wenn es dann mal rauskommt und auch zu vernünftigen Preisen erhältlich ist. Da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ich dazu Zeit habe und ja, deswegen, das ist aktuell der Plan, so sieht es wie folgt aus und ja, tut mir wirklich leid, dass seit, ich glaube auch dem Star Wars Tag, wirklich kein neuer Content gekommen ist. Es ist leider aktuell so und ich hoffe, dass ich, wie gesagt, Ende September dann wieder voll anfangen kann und ja, das war es für dieses kleine Update-Video und vielen Dank für das Zuschauen.